Die Jungs sind alle top motiviert, wir haben uns gut drauf vorbereitet. Ich hatte, wie gesagt, erstmal eine Klausur zu schreiben. Ich habe probiert, früher abzugeben, aber meine Kenntnisse haben mir nicht ganz ausgereicht. Aber auch das ist Uniliga, oder? Also vom Hörsaal auf den Platz. Erstmal an der Uni Gas geben und dann auf dem Sportplatz den ganzen Fluss rauslassen, falls es nicht so liegt. Hier läuft es super. Im ersten Spiel waren wir ein bisschen nervös. Wir haben erstmal das Gegentor gefangen, haben dann aber noch drei Buben gemacht. Ordentlich gespielt und ich denke mal, so kann es weitergehen. Bleibt dann bei. Ich danke dir, Marius. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.